Jetzt würdest du auch inbauen, oder? Ja. Nee, ich muss halt neue PCBs verhindern. Kannst du bevor das Hot noch einen Tee machen, bitte? Dann ist es hot, hart zu Sommer und zu Earth. Hot. Oh, let's go. Die zwei haben sich übrigens warm gemacht die ganze Zeit. Und ähm... Nee, hier vorhin haben sie Warm-Up gespielt. Das war gut. Sehr gut. Nicht vom Feuer getroffen. Ja, aber da war der Wave-Dash zu lang einfach, deswegen hat er den Grad nicht bekommen. Kann sein, dass LeFruzy einfach ein bisschen zu hot ist jetzt nach seinem Win? Off-Off. Ja, er ist schon hot, aber gerade hat er den Wave-Dash gemisst. Im ersten Stock ist noch niemand gestorben, da gibt's schon einfach einen Kleingegang. Pfff. Okay. Nice. Hochgeehrt. Ich glaub, das hat Konzo früher viel weniger gemacht, dass da so empty einfach landet und dann grabt. Ja, das ist so das Meta. Weißt du, wer das jetzt auch macht? Sollboy. Und ich hab ihn dreimal dafür gesongten und er war mega mad. Okay. Wow. Aber es ist natürlich ein richtig gutes Mixer. Ja, oder halt so Single. Damit kann ich so Leute, die in meinem Shield gammeln halt. Ja. Und LeFruzy auch jemand, der viel im Shield sitzt. Das ist schon häufiger aufgefallen. So Under Pressure, das ist gerne mal so ein Shield. Nice. Okay, interessant. How me's talk, how me's talk. Nee, weil ich war... Als ich gelernt hab, wie man aus dem Shield wave dashht, war ich auch so besonders viel im Shield. Weil ich dachte so, hey, das ist doch voll komfortabel hier so. Wie, dann erzählen mir Leute immer so, ja, Wave Dash Down ist richtig gut, so Nicki. Und man so, hey, dafür bin ich einfach noch nicht leveled up genug, um jetzt zu checken, warum das gut sein soll. Naja, aber dadurch, dass du das jetzt gehört hast, weißt du es ja auch. Von Nicki halt, genau. Naja, das ist doch dann der erste Schnitt. Ja, okay, das stimmt. Ich weiß, dass es so ist, nur nicht warum. Ich hab das Gefühl, es wäre auch gut zu wissen, warum. Speziell in welchem... Nee, guck mal, die Sache ist, wenn du... Weißt du, was richtig sick ist? Sorry. Der Instant Up Air. Ja. Ähm... Fox Standing zu treffen, Instant Up Air, also... Ja, dann musst du klauen. Klauen und dann geht das. Stimmt, der klauen. Aber ich weigere mich. Ich klaue aber für manche Sachen, wie es so klauen. Dann willst du kein Instant Up Airs. Uuuuuh, nice! Oh, we love those! Ja, großes Urf, auch von Haramboi 9. Dem Bowser Man. Nein, er ist Bowser Man. Neu in Berlin. Ja, das ist gut, weil wir haben noch keinen Bowser Man. Und wenn du einfach behaupten willst, du bist der beste Bowser in Berlin, dann kommst du einfach vorbei. Ja, okay. Ja, geil, du bist Berlin-Boy, also... Ne, das wissen wir noch nicht. Er hat gesagt, er ist neu. Er meinte doch, ich bin auch Berliner. Ja, stimmt. Ich hab's überlesen. Ja, du hast doch gerade selber behauptet irgendwie. Nein, ich hab gesagt... Er hat gesagt, er ist neu. Ja, okay. Sick. Sickest Knee übrigens. Super tight. 1-0 für Konstantin. Free. Ho, übernommen den Boy. Ich geb mal hier 4 in Berlin. Ja, sick. Du kommst einfach vorbei, Herr Ramboi. Und hängst uns ab. Richtig. FD, coole Stage. Coole Wahl. Richtig spaßig. Oh. Siehst du, Konstantin ist lame geworden. Ich wollte's nicht laut sagen, aber Konstantin macht jetzt Chaingrabs. Konstantin lässt sich jetzt Chaingraben? Oh. 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 Richtige Box. Komm mal. Das war ziemlich optimal. Das war wirklich ziemlich optimal. Das war ziemlich optimal. Das war wirklich ziemlich optimal. Ja, außer dass man vielleicht mit Schallen gleich getötet hätte. Aber hey. Optimal cool. Siehst du, der App wäre das auch sick. Ist nicht leicht. Ich glaube, er will einfach ein bisschen an den Chaingraben. Der gute Mann. Oh. Der Shield Grab? Nicht me. Chaingrabs schon hart. Und so. Das ist die Wahrheit. Ah. Wie kann man schon so früh die Meinung haben, dass Chaingrabs unruhig sind? Nein, das ist jemand anderes. Achso. Achso, okay. Das ist eine relativ raffinierte Meinung. Diesmal von Luis Vamanaboni. Ich will nicht weiter. Okay, okay, okay. Excuse me in my pronouncing this correctly. Cruzy ist jede Woche dabei. Neuerdings schon. Was heißt neuerdings? Sehr zu unserem, wie nennt man das? Ah, warte mal. Geile Kombo. Also sehr zum Verdruss von manchen guten Spielern hier, die natürlich jetzt einfach regelmäßig von diesem Boxbox aufs Maul kriegen. Aber nein, er ist jetzt wirklich immer da. Früher war er nicht immer dabei, aber jetzt ist er immer da und das ist voll geil. Und er fruszy smoothies sich easy durchs Bracket. Aber was meinst du? Was meinst du? Stop. Stop nie. So tough to do. Das ist wahrscheinlich auch Teil des Claw-Nachteils. Der Teufelspakt ist, du kannst nie wieder die Leichenkompos treffen. Nice. Stop? Nein. Warum auch? Das ist kein Game. Aber vor Corona hat er Fruszy gar nicht hier gelebt. Ja, deswegen. Deswegen war er nie in Berlin und hat nicht in den Weeklys gemacht. Jetzt ist er neuerdings immer dabei. Okay, okay. Fruszy ist jetzt offiziell Berliner und mit zu diesem Privileg Berliner zu sein, gehört es gegen Konstantin knapp auf MD zu verlaufen. Ja, und es ist ein Privileg auch einfach eine Minute von der Venue zu leben. Deswegen kommt man auch öfter zum Weekly, glaube ich. Denkst du, Fruszy hilft deswegen häufiger aufbauen und so? Selbstverständlich, Fruszy ist ein guter Typ. Kein Stombe. Ich wollte schon sagen. Eiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Homie Ledge-Dash. Aber jetzt nochmal richtig aufdrehen, weil 0-2 ist schon was anderes als 1-1. Ja, immer durch die Haare streifen und weiter geht's. Na ja, da. Die Haare aus dem Gesicht sind Fruszy. Ah, seid wie so schlecht. Am wie so gut. Nein, was tut ihr da? Der Mythos sagt, dass es auf der Box leichter ist zu es dienen. Die Dash-Taste, einfach aus Versehen so eine Box-Taste zu drücken, ist ja viel leichter als aus Versehen so eine Gamecube-Taste zu drücken. Das passiert ja fast so. Meinst du, es gibt so einen Knopf, wo man SD-Knopf? Also nicht nur einen. Nein, aber es gibt auch so eine Dash-Taste oder nicht? Aus Balancing-Grunden gibt es halt der Set leider immer direkt daneben. Ich mein, wenn die Leute auf dem Gamecube-Controller sich den Start-Button aus Pause ausmachen, weil sie Angst haben, dass sie in wilden ASDI-Momenten aus Versehen Pause drücken und dann den Stock forfitten müssen. Was war das denn? Fruszy, come on. A little focus. Ich glaube... Oh, sicker Up-Tilt. What? Coverage! Oh mein Gott, wie geil! Weirder Up-Air. Bonk. There you go. Das Comeback auf FD. Alle schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob das über unser Commentating war oder ob das da ran liegt, wie sicker's Match ist und wir es verfasst haben. Ich glaube, es geht um das über einen Stuhl. Achso, okay. Vielleicht war das das nie im Neutral. Ne, ich glaube, es war das ASD tatsächlich. Double-SD to lose. Achso. Okay. Das Homie-Game. Ja. Aber die Sache ist, wenn du Tipps bei deiner Tastatur und irgendwas schreibst, vertippst du dich auch manchmal. Ja, das siehst du. Und stell dir vor, es ist jedes Mal ein SD, wenn du Tippfehler machst. Ja, aber die Sache ist, wenn du einen Controller benutzt, dann hast du auch so viel Unreinheiten. Wie fair das. Hast du ja. Ja, I guess. Und vielleicht lernst du schneller bei deiner Tastatur, so hey, ich hab mich vertippt, so hey, das ist viel klarer, als wenn du so einen Mainstick hast mit Millionen Optionen. Bestimmt. Ohohohoho. Oh, schade. Einfach mal ein bisschen gedashed. Was? Okay. Ich glaube, beide sind so ein bisschen so. Ja. Na, Fox wird jetzt. Oh. Schön. Und ab ihm. Oh. Da hat er das falsche Wort geschrieben, mittels seiner Tastatur. Recover. Ah, fuck. Ist die wieder. Okay. Okay. So. Crash-Pancel-Prozent. Galinte. Galinte gesagt. Batsch. Also dieser Full-Hop-Back-Air, ne? Jeder lässt sich davon treffen und es ist einfach unrechtlich. Ein Konatis Drifting ist einfach so genius. Ja, er drivet einfach. Bestimmt. Fast and the Furious Konati Drift. Oh, da kann man ganz schnell sterben. Ja, seitdem er in Japan war. Gar nicht gut. Ja, das ist das Äquivalent von Long-Covid-Syndrom. Dieser Schein. Nice. Ah, da war er auch. So gut. Okay. Ah. Ja, dann. Wir geben mal schnell zwei Games.